Aber nur jemand, der noch Ausdauer hat. Hier bräuchten wir noch eine andere Komponente. Achso, stimmt, die eine Thrasher-Map. Die hier. Ja, die haben wir noch nicht. Sollten wir dann wohl machen. Ist auf jeden Fall am Strand. So. Ah, darum wäre noch eine blaue Frucht. Die holen wir natürlich noch. So. Dann. Irgendwo am Strand. Okay. Da hinten sind auf jeden Fall noch Thrasher-Map und komische. Ach. Wieder mal ein Panda-Man. Nein. So. Da schwimmt er gerade im See. Andere. Um ihn schneller vorzuwägen. So. Ja, Chopper ist, äh, hat übernatürliche Fähigkeiten und kann die, seine explosiven Dinger in der Luft schweben lassen. Entweder in dem Max Zoo werft, dann verschwindet es im Untergrund oder in dem man es gegen so eine Pflanze wirft. Ja, Physik und so. Naja. Okay. Hier sind noch ein paar Wines, die wollen wir natürlich haben. Hm, oder auch nicht. Naja. Gut, dann würde ich sagen, das Geheimnis war auf jeden Fall da drüben. Ja. Doch, würde ich schon sagen, eigentlich. Hm, nein. Puh. Ist auf jeden Fall der Strand. Hm. Na, warte mal. Das passt nicht so richtig. Das müsste dann hier sein? Oder? Hm, doch, ich glaub... Nein. Hm. Die zwei Steine. Das sieht aber nicht wirklich nach den zwei Steinen aus. Hm. Hm. Alles gerade nur geraten, so würdig danach aussehen tut es hier nicht. Da, die zwei großen Steine. Wo hab ich die schon mal... Nein, das sind drei, oder? Direkt vor drei Steinen. Okay. Wenn das drei Steine sind, dann kann das ja auf keinen Fall sein. Hallo, Panda-Man. Hallo, Panda-Man. Hallo, Panda-Man. So. Dann würde ich doch sagen, dass es irgendwie vielleicht auch vier Steine sein könnten. Ach, sieben erst mit dem Gegner. So. So noch. So. Hier haben wir schon gegraben. Ah, das passt alles nicht ganz. Okay. Dann. Nein, das nicht. Ach. Aua. Ja. Das war nicht besonders schlau. Ich weiß. Ich wollte eigentlich da hoch. So. Hm. Da oben haben wir das Ding zwar schon. Okay. Ne. Was. Sinnlos hier hoch zu gehen. Äh. Dann. 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 Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass es hier ist. Ich grab einfach mal den Felsen um. Nein. Hier scheint er nicht zu sein. Und die Typen nerven. Okay. Dann habe ich nur noch einen einzigen Versuch. Bevor ich das erstmal sein lasse. Und mir einen anderen Weg überlege, wie ich an diese Ancient Metal komme. Oder zwei andere Versuche. Zwei andere Versuche. Ne. Da hinten zieht es nicht wirklich danach aus, oder? Ne. 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 Da kam auch nicht mehr hoch. Ne. Da ist doch nur ein Versuch. Ab. Und zwar haben wir immer noch den Part hier. und den Part da hinten. Und weil das alles wenig Sinn ergibt. Ne. Dann. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, und mir plötzlich einfällt, wo das war. da oben ist auch noch aber da kommen wir noch bei weitem nicht hin und da hinten hat es auch relativ wenig sind auch wenn ich da mal kurz nachschaue einfach nur damit ich nicht völlig umsonst hier war falls es dann doch da gewesen ist oder so hier ist nichts war nicht nett mit euch bekanntschaft zu machen fast nicht vielleicht kann man auch nicht hoch und hier kann man überhaupt nicht mehr rüber weil er keine ausdauer mehr hat also nehmen wir mal navi unsere navigatorin aber dafür deshalb noch lange nicht nah wie auch nicht hoch das wäre mir auch mal wenn man hier hoch könnte aber was haben wir zumindest noch lamba also vergeben es ist auf keinen fall wir haben jetzt wohl genug lamba für die nächste zeit es brauchen wir nur ranken die wir am besten im dschungel kriegen auch noch da hat sich auf jeden fall gelohnt hierher zu gehen ich nehme mal den weg weiß nicht ob der der kürzeste leider kann oder na wie kann das natürlich nicht mit dem schnell hintereinander das hat nur dann wenn ihr bummerang wieder zurückgekehrt ist was aber sehr unwahrscheinlich ist ja dann hätte ich jetzt auch erstmal keine ahnung wo der schatz sein könnte hier entlang und hier entlang und da entlang egal egal wir haben jetzt erstmal den choice for ladies das soll naja reichen tut es auch nicht aber was soll es da 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 ok dann erstmal zurück in unser lager speichern nein ey foot dann erst mal das hier machen und in den store so jetzt haben wir schon mal eins sicher jetzt können wir auch mal das hier kochen oh das gibt auch nicht hp am meisten frankie na derjenige der am wenigsten hat und das ist sanji ok gut sanji und dann dann machen wir ja noch einen von dem von nami gut wenn er sagt dass er speziell für nami ist dann geben wir ihm natürlich auch diesen gefallen hm 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 nope 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 hm hm fast fast verdammt verdammt hm ok hätte ich noch einen entflammten baum eingesammelt dann wäre das auch gegangen hm 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 was haben wir denn schon noch so schönes für tiere noch nicht arg viel hm gut dann würde ich sagen war's das erstmal für diese folge ich werde auf nächste folge oh sorry hinschauen woher man noch eine ancient metal bekommt natürlich durch selber probieren ich schau jetzt nicht in der lösung nach oder so joa nochmal kurz speichern und ich würde sagen das war's für heute euer headset sniper bitte abonnieren kommentieren favorisieren das übliche halt ich hoffe es hat euch spaß gemacht bis zum nächsten mal mal